ja 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 johler und willkommen zu meinem Video wir zocken Aviyah Equals und ja das war schon die Berührung dann sehen wir uns wieder bei Max spannend was passiert So, wir haben jetzt mal dem Team Orange einen Besuch abstattet und ich hoffe jetzt mal, dass wir den Eikki haben. Kommt schon einer. Oh Gott. Oh mein Gott, das war knapp. Das ist alles da oben. Oh, was, da vorne ist der Base, ups, scheiße nein, verdammt, wir sind Team Pink, egal ob ich geh jetzt der EI, wuhu, sehr schön, ich glaube das wäre jetzt ein Fehler, ey, was wir nicht umdrehen wollen und jetzt kommt. Sehr schön. Das heißt, jetzt geben wir uns erstmal eine schöne Eisenrüstung, so, eine bessere Spitzhacke, das ist jetzt billig die Teile, und das hätte ich ein besseres Schwert, hab ich gar nicht gemacht. Warte, sehr schön. So, jetzt wird der auch schon mal recht gut ausgelaufen. Alter, mein Maid hat mich gerade abgeschossen, was soll das, Junge? Du bist in meinem Team, du Depp. Ich bin in deinem Team. Junge, was war das? So, Lucky Block Time. Guck mal, hast du da für geilen Scheiß bekommen. Ich bin in deinem Tiger Schwert und, bro, das Eisenschwert ist stärker. Das ist auch nicht ganz so leistet, aber auch. Super. Jetzt müssen wir noch ein bisschen mehr nachfragen. Eine Rettungspattform, damit kann ich arbeiten. Das war schon mal super. Also, vorausgesetzt, die killten mich nicht so, wie in der letzten Folge Eggpaws. Und, ein Schneemann. Danke dafür. Ah, Leute. Ich wollte nur eigentlich zum Anfang ein bisschen verstanden. Aber er zieht aber leider nicht wieder ein bisschen. Von daher glaube ich nicht, dass das so eine gute Idee ist. Nein. Mein Maid wurde getötet. Von einem in der Mitte, von einem grünen glaube ich. Hab die gar kämpfen sehen. Das ist in Peace. Oh mein Gott, ich hab's grad so hart verpackt von dir. Und ich hab wieder Schaden auf der Erwerbungsplattform gekommen. Was soll das? Mann, wo ist die Nuss? Mit Schleimblöcken. So, jetzt hier aber schnell in die Mitte. Ah, da vorne ist ein grüner, ne? Der hat's. Fuldi, ja. Ich glaub, es ist nicht ganz so sicher, da jetzt hinzugehen. Egal, Yolo. Oh Gott, das war ein Fehler. Nein! Oh mein Gott, der Safe. Holy. Bitte ist er nicht mehr da. Ich glaub, er ist nicht da. Oh, schnell weg. Oh, schnell weg hier. Oh, grad mal Glück gehabt. So, Yolo, ich geh jetzt einfach rüber. Ich glaub, der Typ ist grad eh nicht mehr da. Dann mach ich das jetzt einfach. Jetzt auch nicht mehr. Okay, fuck. Nein! Nein, Rest in Peace! Schade. Aber ich hätte eh keine Chance in eine Runde mehr gehabt. Okay, GG. So, nächste Runde. Jetzt kriegen wir jetzt was hin. Ich glaub, ich baue jetzt direkt das erste Mal unser Ei ein. Das wird auch kein Problem kriegen. Yes. Oh, Bro. Attacke! Woo! Komm. Sehr schön. Komm, das Ei liegt schon frei. Sack! Sehr schön. Das erste Ei ist schon wieder weg. Und das ist sogar noch da. Krass, ne? So, hier ein kleines Shoutout an Kinjimu. Kinjimu, tut mir leid, wenn ich jetzt was ausspreche. Er hat mich grade gefragt, ob ich YouTuber bin. Und da muss ich natürlich, war jetzt gemiss mit Ja antworten. Ja, okay. Das war's. Achso, was ich vergessen hab, ist am Anfang zu erwähnen. Ist, warum heute kein Sky-Wars-Camp kommt. Ähm, ich hab halt diese Woche auch keine Zeit gehabt. Und wir werden auch die nächste Woche wenig Zeit haben. Oh. Ach Gott, warte. Müssen wir eben hier auf den Kampf konzentrieren, den ich wahrscheinlich eh verlieren werde, weil ich ihn nicht hitten kann. Alles klar. Egal. Ähm. Ja, es wird kein Sky-Wars-Camp, weil ich privat keine Zeit hab, in den nächsten zwei Wochen zu schneiden. Entschuldigung. Ähm. Ja. Und danach wird wieder jeden Sonntag Sky-Wars-Camp, denk ich. So, ich geh immer wieder in die Mitte. Dann hoff ich da jetzt einfach nur kurz die als Abkommen zu können. Ich bin tot. Ich bin sogar tot. Vielleicht kann ich mich ja hier... Nein! Oh! Hm, wie schade. Gott, verdammt. Jetzt bin ich schon wieder tot. Okay, er geht in die Mitte, dann geh ich auch in die Mitte. So, jetzt hab ich dir die erste. Ich soll ja auch schnapp. Oh Gott, davon wird gekämpft. Ich hau ab. Scheiße, wohin soll ich? Fuck. Fuck, fuck, fuck. Okay, jetzt muss ich wieder hoffen, dass ich hier durchkomme. Ja. Ja, okay. Okay, ich hau einfach ab. Einfach ab. Einfach ab. Einfach ab. Einfach ab. Einfach ab. Uh, da haben wir nochmal Glück gehabt. Gut, dass die unsere Frauen nicht bemerkt haben. Jetzt kann ich endlich den Dia-Spawn aktivieren. Wuhu. Zack. Und jetzt nochmal. Zack. Sehr schön. Okay, so. Dann würde ich sagen, bei mir ploppt jede 10 Minuten in ein Schild auf. Hier 10 Meter. Ich hab keinen Plan, was er meint. Okay, alles klar. Wir werden gerusht. Fuck, 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 fuck. Oh mein Gott, wir sind am Arsch. Wir sind so hart am Arsch. Oh mein Gott, diese Kombo. Oh mein Gott, diese Kombo. Wie ich den einen noch bekommen habe. Holy. Ah, schade. Das wäre grad echt gut. Hab ich den einen echt gedrückt. Und den einen hätte ich fast auch noch runtergekommen. Das war echt stark. So, was macht unser Mate? Überlebt er? Okay, es sieht mal ganz gut für ihn aus. Ich werde euch auf dem Laufheim halten. Nein. Ich kann mich weder mit ihm befreunden, noch ihm eine MSG schicken. Mann, schade. Wollte eigentlich nur mit ihm sprechen. Okay, weiß er jetzt, dass der... Okay, der Typ kommt wohl so nicht. Leute, ich hab schon wieder die Musik vergessen. Ah, geil. Soll ich's jetzt noch machen? Ich mach's jetzt noch an. Oh Gott, Leute. Ich hab grad ernsthaft die Aufnahme beendet, anstatt sie weiterlaufen zu lassen. Aber so kann ich das Video jetzt ja nicht enden lassen. Von daher, werde ich jetzt doch einfach mal eben einen zweiten Teil aufnehmen. Und den dann doch noch hinten dran schneiden. Einmal noch relativ früh, gerade. Äh, 11 Uhr erst. Von daher kann ich mir das erlauben, die Renderzeit in Kauf zu nehmen. Okay, ich hab da nochmal Glück gehabt. Und ich auch. Weil ich hab das alles wieder gemacht, genau. Okay, er geht in die Mitte. Wird er erschaffen. Okay, au. Er geht da doch. Oh, der hat einen OP-Apfel gehabt, kann das sein? Jetzt der Veits. Gegen den Blauen. Der hat uns schon viel Ärger bereitet. Und der Autorab. Oh, der Veits. Es geht los, aber... Ich glaub, er hat keine Chance wegen dem Typen. Bei der Ausrüstung. Das ist echt aufregend. Guckt euch hier. Na, schade. Gigi. Ähm. Guckt ihr euch an, der konnte eh manchmal auch nicht hüten. Auch nicht hüten, glaub ich. Weiß nicht, ob das... Ja. Gibt wahrscheinlich an Rambi, ne? So, Leute. Das war jetzt... Mal wieder eine sehr chaotische Aufnahme. Ähm. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Falls ja, dann... Lasst mir mit dem Feedback da. Und dann würde ich sagen... Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Wie? Wie? Wie?